The Void is like Space, now Space contains everything, mountains, stars, and plants. Ihr hört den offiziellen Hardstyle Österreich Podcast. Musical Space. Herzlich willkommen zurück zum Hardstyle Österreich Podcast mit eurem Host, mit Beatbreakers. Ja, wir starten heute durch mit ein paar neuen Scheiben, ein paar neueren Scheiben, die etwas älter klingen und ein paar wirklich alten Scheiben. Lasst euch überraschen, die erste hier gleich mal Noise Shock, ganz neu Musical Space und gleich im Anschluss Harddriver mit Echoes. Also, auf geht's in eine Stunde, Hardstyle Österreich Podcast. Schön, dass ihr da seid. Space is your mind. The Mind is like that. Space is your mind. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Your light and warmth are trapped in the darkness of my mind in the darkness You are my light My light My eyes and dream of you I feel you It's like you've never gone To this one moment I can hold you close Just for a while, there's a light in the dark Your light and warmth are trapped in the darkness of my mind I've promised you something I've promised you something Now let's go Roofless and Dave S, my little drum machine And now for my next number I'd like to return to the classics I can see all the stars just shine on me When I dream a little fantasy When I fly in the sky with a bird so high And it makes me feel like ecstasy Feels like ecstasy in my fantasy Will this be lost forever When I dream my little fantasy When I dream my little fantasy Na 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 na-na na 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 Das war's. I have to get embedded cause I know I'm down As I tap into my issue, miss this funky sound Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Besucht Harz Dein Österreich auf Facebook 1984 1984 Es ist die Zeit, die wir jetzt planen, für Sex auf die Straße in every fucking city von East to West It isn't just the sound, it's the beat Sex on the streets 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 Puta Madre I fucked your mama Puta Madre I fucked your mama Puta Madre Puta Madre Puta Madre I fucked your mama Ihr habt gehört The Zapper Man mit Sexual Healing I fucked your mama Und das, das ist ein neuer Bootleg von Outbreak Nennt sich Puta Seid Ist natürlich Puta Madre und seid ihr bereit? Seid 4 3 4 5 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 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 15 15 15 18 18 19 19 20 20 20 15 15 20 20 20 23 Ein Land, eine Familie. HaarStyle Österreich. Let's bring him down with the village, Classical B-Boy English. L-O-Billy. Let's bring him down with the village, Classical B-Boy English and L-O-Billy. Let's bring him down with the village, Classical B-Boy English. Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be, If we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you, coming to the tree? Burned a glimpse of hope, side by side with me. Strange things that happen here, no stranger would it be, If we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you, are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they call, now for his love to feed. Strange things that happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. successes saying that a woman with Aulderese and deze man with a man with a man willow up a man. Grumpy, we met at midnight in the hanging tree. dur IGHT Gänsehaut, feeling pur. James Newton Howard, The Hanging Tree, gesungen von niemand geringeren als Jennifer Lawrence. Im Remix von unseren Dauergästen, der Tweakers. Ihr hört den offiziellen Hardstyle Österreich Podcast. Gänsehaut, feeling pur. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, auch bei diesem Track, besser gesagt Bootleg, kriegt der ein oder andere wohl ein bisschen Kindheitserinnerungen. Charlie Lonois, Mantle Teo und Showtag. Das ist Wonderful Days im Dope Monkeys Remix. Ihr hört den offiziellen Hardstyle Österreich Podcast. Untertitelung. BR 2018 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 Hier we go again 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 Here we go again Hier 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 we go again